Setzen Sie sich. Ich habe uns schon mal zwei Whisky eingeschenkt. Cheers! Und? Gefällt Ihnen die Auswahl? Die Kommissare wollen einen Menschenhändlerring sprengen. Gerrit Grass ermittelt undercover. Ach, nee. Da bist du ja endlich. Wo hast du denn gesteckt? Ja, sorry. Du weißt genau, was der Boss nicht gerade erwartet, Jens? Ist mir schon klar, aber es ging nicht schneller. Außerdem sind es eh nur ein paar Minuten. Das verstehst du also unter Zuverlässigkeit, ja? Pass mal auf, der Boss hat gesagt, dass wir pünktlich sein müssen, weil wir einen Auftrag zu erledigen haben. Ja, ist mir schon klar. Und wenn der Boss sauer ist, dann nehme ich das auf meine Kappe, okay? Georg? Wer ist da? Jens, mach dich auf einen scheiß Anschiss gefasst. Georg! Na endlich. Das nächste Mal pünktlich. Es ist frische Ware eingetroffen. Gibt er schon einen Käufer? Ich treffe mich gleich mit einem neuen Kunden. Der Typ ist ein richtig dicker Fisch. Wenn wir uns einig werden, kann der Deal gleich heute Abend über die Bühne gehen. Wie viele Mädchen will er denn kaufen? Erstmal drei. Wenn wir uns einig werden, alles gut läuft, will er regelmäßig bestellen. Nicht schlecht. Okay. Und wo holen wir die Mädchen ab? Am Bunker. Ich weiß schon, wo das ist. Ihr liefert sie dann schnellstens bei meiner Villa ab. Wenn alles klappt, findet der Deal heute Abend bei mir statt. Alles klar, wird gemacht werden. Noch was. Die Mädchen werden nicht angefasst. Verstanden? Gibt's kein Elf? Alex, ich bin's. Es ist Gerrit. Warte mal, ich mach auf laut. Endlich meldest du dich. Ja, aber ich muss höllisch aufpassen. Du weißt, mit welchen Leuten wir es hier zu tun haben. Ja, was ist mit dem Deal heute Abend? Finde wie geplant statt. Okay. Dann hast du den Auftrag? Ja, schon, aber leider nicht allein. Klaus verkauf mit. Wir sollen drei Mädchen abholen, die erst kürzlich nach Deutschland verschleppt wurden. Woher kommen die? Das weiß ich nicht. Sie haben gestern etwas von Polen erzählt, aber ich weiß nicht, ob es dabei um die Mädchen gegangen ist. Aber das finde ich noch raus. Okay. Und wo werden die Mädchen versteckt gehalten? Wir sollen sie an irgendeinem Bunker abholen, aber wo genau? Keine Ahnung. Ja gut, dann melde dich, sobald du was Neues weißt. Alles klar, es wird eine Weile dauern. Während der Fahrt bin ich nichts erreicht, okay? Ja, okay. Wir machen alles so wie besprochen. Hoffentlich geht alles gut. Hey, was ist, wie ihr könnt? Wird auch Zeit, ich bringe mir hier den Arsch ab. Nicht frech werden, Wurschen. Mal gespannt auf die Mädchen. Ja komm! Los, raus mit euch. So, komm, komm, nicht so langsam, komm, 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 sei, 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 sei. Ihr auch, los, 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 los. Ja, ja. Ich krieg's nicht mal her, Wurschen. Hey, 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 komm, komm. Ganz ruhig, ganz ruhig, Schätzchen. Lass mich los! Halt deinen Maul und machst du hier, was dir gesagt wird? Ich hab's im Schwange! Halt deinen Maul und machst, was dir gesagt wird hier! Kannst du mich mal? Die Eltern suchen bestimmt schon nach mir. Hey, hey, hey. Lass dich zusammen, Klasse. Der muss mal jemand ein bisschen Respekt beibringen, bevor ihr an den Kunden geht. Was habt ihr denn mit uns vor? Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Sei einfach ruhig. Na, was habt ihr mir denn hier mitgebracht? Steht auf! Sehr gute Ware. Der Kunde wird begeistert sein. Schaff sie in den Keller und richte sie her. Unten liegt alles bereit. So kann ich euch dem Kunden nicht präsentieren. Ihr habt's gehört. Bewegt euch! Komm, 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 ein bisschen schneller, die Damen, ja? Pronto! Jens, warte. Das schafft Klaus schon alleine. Du hast was anderes zu tun. Ach ja, und was? Ich hab mich ja vorher noch mal mit dem Käufer getroffen. Bruno meint, dass mit dem Kerl irgendwas nicht stimmt. Und was genau meint Bruno? Er glaubt den Kerl irgendwo schon mal gesehen zu haben. Das hat er auch schon nach meinem ersten Treffen mit dem Typen gesagt. Aber er weiß nicht wo. Falls später bei dem Deal irgendwas schief gehen sollte, müssen wir den Käufer beseitigen. Lass mich das machen. Ich lege ihn auf. Sehr gut. So mag ich das. Dann bereite du jetzt mit Klaus die Mädchen vor und nimm später den Käufer in Empfang. Er kommt so gegen halb fünf. Geht klar. Na endlich. Danke. Herr Grabeck nehme ich an. Ich hoffe die Fahrt war angenehm. Ja, sehr angenehm. Ich hoffe unser Treffen verläuft ähnlich angenehm. Davon können Sie ja ausgehen. Sie kennen meinen Chef mittlerweile. Ja, schönes Haus. Ich hoffe die Mädels sind genauso ansehnlich. Natürlich. Herr Damm liefert nur allerbeste Ware. Da hat Jens allerdings recht. Herr Grabeck, hallo. Dieser Käufer wird mir jede Menge Cola einbringen. Und das obwohl ich nur sechs Stunden Zeit hatte, den ganzen Deal einzufählen. Hier, der da. Der Gut Herr Grabeck, dann treffen wir uns wie vereinbart. es geht in ordnung dann sehen wir uns um 14 uhr in dem restaurant und klären da alles weitere ok auf wiederhören läuft doch alles perfekt na endlich das nächste mal pünktlich ja ziehst du den deal trotzdem durch das ist ein 1a geschäft und ich werde es bestimmt nicht abblasen nur weil du so eine vage ahnung hast dass mit dem käufer was nicht stimmt das ist nicht nur eine vage ahnung was dann du machst einen fehler bloß kannst du mir nicht genau erklären worin der besteht der käufer ist sauber langsam überlege ich ob du eine therapie brauchst wegen deiner paranoia seit ich ihm bei einem ersten treffen begegnet bin überlege ich woher ich dieses gesicht kenne ich bin mir sicher dass da was faul ist und das werde ich dir auch beweisen da bin ich aber gespannt ich behalte den mann im auge das ganze ruhig machen bruno aber bis du was konkretes hast hör auf mich zu nerven meinst du ich mache das erst seit gestern oder was nein das wollte ich doch gar nicht sagen was glaubst du warum ich schon so lange im geschäft bin meine menschenkenntnis hat mich noch nie im stich gelassen ich weiß nicht was schluss jetzt der käufer wurde mir empfohlen und außerdem plane ich eine längerfristige geschäftsbeziehung mit dem mann herr grabeck ich freue mich herr damm schön sie wieder zu sehen setzen sie sich für sie auch einen sagen können wir noch ein sage haben bei unserem ersten treffen haben sie mir sehr detailliert beschrieben was für mädchen sie wollen ja also ich möchte die mädchen weiter verkaufen und ich weiß sehr genau was auf dem markt gefragt ist deswegen meine genaue vorstellung ein mann der weiß was er will das gefällt mir trotzdem es war nicht ganz einfach die gewünschte ware aufzutreiben das heißt aber sie haben die mädchen aufgetrieben natürlich habe ich die ware sonst würde ich hier nicht ihre zeit verschwenden keine sorge die lieferung wird pünktlich eintreffen wie gesagt es war nicht ganz einfach aber ich habe erstklassige mädchen für sie wie alt sind die mädchen denn blut jung sexy unschuldig bestimmt ganz genau nach ihrem geschmack sie werden begeistert sein ich freue mich sehr zu hören ich danke ihnen für vertrauen und ich darf darauf weitere geschäfte auf wenn mit dem mädchen alles in ordnung ist dann steht dem nichts im wege von welcher menge reden wir genau wissen sie genau ein Stück zahlen kann ich ihnen ja noch nicht sagen weil ich habe noch zwei geschäftspartner die ebenfalls interesse geäußert haben schauen wir einfach mal ich sehe schon wir verstehen uns